Insekriere neue DNA-Profile. Initialisiere. Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Cools letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin versäucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja. Ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab Ihnen den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhänge schloss. Was ist alles, was ich? Ja. Das war's für heute. Hier spricht Dr. Aquila Roy. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Hochhallen der Infektion und Dependent. Die Stimme der Zeit übergeht nur vor einem Traumabast. Prophet? Hier ist Gold. Hören Sie mich mal? Prophet? Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. System overwrite. System overwrite. Perfekt. Der taktische Waser beginnt einen verbesserten Schlagwirt über sich. Du kannst darauf achten, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten zu werden. Diese Funktion des Weißers ermöglicht die Beobachtung auf Sicherheit entfernen. Hören Sie, Prophet. Zell suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Be heißen Sie ihn, um den mit in die Regierungen zu変永 unniss compose. Was ist das? Das war's für heute. System Override. Was war das? Die Staff-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzug Energie. Eins würde ich gerne wissen. Warum ist es locker das Schaubuchschutz mit dem Anzug? Das ist doch schon eine Menge andere Scheiße am Arsch, oder nicht? Der Anzug ist ein enormes biologisches Physikon. Und wir brauchen die Schaubuchschutz und die Stattdrechnung überbreiten für das Virus. Vielleicht könnte den Top-Brain hier sogar ausgelösen. Das glaube ich nicht. Das ist ein System. Ich habe gehört. Es ist ein Problem. Bestätige. Wir haben nicht Kontakt. Erschießen! Ziel angreifen! So! Prophet, hören Sie! Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Tarnfeld aktiviert. glucosiert rein! Nicht noch nicht, wie lange ich nicht durchhalte. Ich weiß nicht, wie lange man schafft. growingly und بعد. ие von als kindert die Wir sind überall hell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. So viel zur Eindämmung. Arme Schweine. Ja. Taumfeld hat sich jetzt. Haben Sie die Leichen gesehen? Geschmolzen und so? Nein. Sehre dich ungemermten Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, wie sicher ist Ihr zu Hause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie nicht gerade in Kalifornien leben. Aber da täuschen Sie sich. Erhöhte sein... Halt! Oh, oh! Versuche System Neustau. Erst Säuberung abgeschlossen. Stand by. Magnetsiegel freigegeben. Warnung. Man Schadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Richte die Sicherheitstüren auf. Richte die Sicherheitstüren auf. Und Zell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die Ceph auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. System Override. Maximale Panzerung. Panzerung verändert die äußere Hülle des Mannes, um Schaden zu absolvieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Anzugenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Herr Prophet, erledigen Sie! Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierenden Petien Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Oh! 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 Hey, let's go! Äh, Prophet? Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter ihnen. Oh, Scheiße! Mundkraft von mir! Mundkraft von mir! Verdammt! Ah! Denken wir zu wenigstens! Denken wir zu wenigstens! Denken wir zu wenigstens! Ja! Ja! Ich hab' alles wegzuhalten! Ich glaube, dass wir uns das... war alles in den Griff! Und ich hab' getan, was ich konnte! Ich hab' alles wegzuhalten! Tumfet! Tumfet! I'll give you it. I'll give you it.